Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren und zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Wir reden mit einem Professor, der wahnsinnig ist. Zumindest will er irgendwas von uns. Er hat eine große Brille auf und zwei Pokébälle dabei. Und Slimer. Nein, ich wollte eigentlich Kraft einsetzen. Äh, Stärke. Ja, geht auch. Okay, jetzt kann ich Stärke auch vergessen. Ich glaube, dafür hat der Tackle jetzt auch gereicht, aber ich will jetzt auch kein Risiko eingehen. Boah, Elektroball. Machen wir Elektroattacken, das ist ja mal genial. Da brauchen wir Elektroattacken anzusetzen und der Garados ist weg. Macht es aber nicht auch gut. Töterdam. Na, da kommt jemand da rein. Aber ich glaube, wenn ich die Ansprechenden sagen, ist mir einfach ein bisschen was. So, du guckst auch straight in eine Richtung, dann kann ich gegen dich kämpfen. Weil ich aber nicht vorhabe. Weil ich das Gefühl habe, die bringen mich hier levelmäßig nicht sonderlich weiter. Wobei es sind, ähm... Was ist denn nicht das hier mit los? Der Tür wird mit dem Türöffner. Auf der Türöffner. Und wehe, das ist derselbe Türöffner von damals. Was jetzt wieder hier rauskrennen kann und mir eine neue wieder einholen kann. Obwohl das... Ach, Mist, hat eine zu hohe Reichweite. Klar, der hat eine Brille auf. Hat er gerade gesagt, hut ab, ich habe keinen Zugriff. Nee. Zutritt, meine ich. Boah, ich mag den Tilo, das war doch nur Elektroattacken anzusetzen und man weiß, was passiert. Aber er kommt nicht dazu. Weil Gerardos ist Typ Flug und Wasser und so beide sind anfällig gegenüber Elektroattacken. Und Forscher haben nur Welt-Elektroattacken. Ich soll Typ an einem Wechsel nachdenken. Jetzt kommt er als nächstes. Ach, sehr gut, dann kann ich gleich wechseln. Magnetdonald. Ich weiß mir auch so viel. Äh, mal, mal, mal die Versicherung wechseln. Also ich bin bei der MEW. Der Neueste. Ah, mega heap. Klingt schon so gut. Ja, läuft. Okay. Das ist ein Schilderkling auch immer gut. Ich probiere mal alles durch. Wobei, der Psychognese wahrscheinlich nicht so günstig. Der hat einen Zink gehabt hier und ich habe es für so einen Rest ausgegeben. Was redet der? Das ist ja der Typ vom Anfang. Ja, das ist der Typ vom Anfang. Auch gut. Jetzt bin ich noch neugierig. Jetzt will ich wissen, wo das hinführt. Oder wo es hier lang geht. Das habe ich eigentlich gemeint, wo das hinführt. Ah, hier ist eine Etage. Warte, wo bin ich denn jetzt hier? Bitte mach. Oh ne, ich will die auch nicht. Ich will jetzt komplett einen Überblick. Da ist jemand. Hallo. Da sind die Mitarbeiter gefangen. Was ist das hier? Ist die Tür öffnet, die Tür öffnet, die Tür öffnet? Du hast keine Ahnung, du bist dran. Ich krieg die Krise. Ich muss natürlich auch die ganzen Forms mitnehmen. Ja genau, und alle drei Angeln habe ich dabei. Die Pokéflöte, den Münchkorb, all diese überaus wichtigen Alten. Ich kann ja gleich wieder rausprinten. Oh. Oh, Calcium. Drogen. Das ist das Bess. Ich weiß nicht. Das Loch Wasser ist, glaube ich, spezial. Ich will auf jeden Fall in diesen Mitarbeiterlohn. Da drinnen. Da kann ich interessante Informationen bekommen. Ja, Tür öffnet. Jetzt bin ich dann wieder eingangsbereit. Das ist gut. Wie ich jetzt gelandet habe. Hallo? Da geht es hier unten lang. Ich bin Wolkenprofessor, auch was. Ah, der Teleporter an seinen Tischen. Ja, ja, das. Oh, mein Misseln. Aber womöglich Mitgeschlüssel auch, wie ich jetzt was Interessantes. Ja. So, das überlinkt habe ich auch da. Hier sind mehrere dieser Sachen. Oh, ein Pokéball. Und der sieht auch interessant aus, aber er startet auch nur in eine Richtung. Trainer? Was ist das jetzt? Was macht denn Jean-Claire hier? Ich glaube, ich frage gar nicht erst nach. Statt ist nur ein unwichtiger Nebenpersonen kommen nach Rufflepuff. Aber nicht in die Silph Co. Ne, ich will nicht wechseln. Sein Panthimos habe ich keine Angst. Da ist er irgendwie auch so ein Pokémon, was ich irgendwie fälschlicherweise immer in der dritten Generation einordne. Keine Ahnung, wieso. Fast auch ähnlich wie Paras, was ich immer fälschlicherweise in der dritten Generation einordne. Jetzt gib mir was. Jetzt siehst du besonders aus. Ach was. Ah, da steht der Weg. Kann ich denn irgendwie rauslocken? Ja. Nein, da ist der Teleporter im Weg. Und wenn ich den benutzen werde, ist er wahrscheinlich wieder zurückgesetzt. Und wenn, wer ist der Kass? Ah, da ist er. Der Kass hat mich nicht zuer. Ich will es nicht aus, sondern ich will es nicht zuerst. Äh, ich versuch's gar nicht erst, obwohl, äh, es wird mir eigentlich springen. Aber die richtige Frage ist, was befindet sich hier? Beziehungsweise, was ist denn hier unten? Hallo, das muss leider sein. Auch wenn es dann ja auch nur irgend so'n Special-Item ist. Selten, aber nicht notwendig. Hab Bock. Na, 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 na. Oh, bis. Ah, super, nicht vergiftet. Bis. Tja, mein Biss macht irgendwie mehr Schaden. Denk mal drüber nach. So, weiter geht's. Auf zum Item. Item. Jawoll, die Türöffner war hier. Tür öffne dich. Bingo. Ach, was. Du kannst keine weiteren Item tragen. Äh, ich trinke aufmerzig. Boah, Käsekuchen. Ach, stimmt. Ich soll da noch runtergehen. Hm, 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 hm. Ich will einfach mal die Tür öffnen. Den brauch ich bestimmt nicht. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Doppelteam. Ähm. Doppelteam. Ja, das Mitarbeiter dreht sich. Ja. Silph Co. Na, hallo. Bin ich... bekloppt? Oh, das stimmt hier nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall wird der recht sinnloser, äh, sinnvoller Teleporter. Bingo. Die TM 32, die TM 98 hat die Tür geöffnet. Garantiert. Bingo. Der Münzkopf hat die Tür geöffnet. Ich hab keine Wattung. Eins, zwei, zwei, drei. Es ist mehr Latte. Ne, ich will nicht auf der Hand... Na, sonst hält der mich. Nanananananananananananananana... Pizza. Bodycheck. Ah, ist natürlich interessant. Das ist echt eine Unnützlichkeit nach der anderen hier drinnen. Na, wirklich. Ich muss mal kurz nachdenken. Und zwar, wenn ich dabei nachdenken muss, dann tue ich es mal hin sogar so, dass ich nur Sachen, die sich außerhalb meines Gehirns befinden, sogar zur Hilfe ziehe. Ähm... 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 Jo. Fast genug nachgedacht. Ich muss nur noch kurz... Berechnungen anstellen, wie ich das nun weitermachen könnte. Hitler, mach endlich hin und du scheiß Internet. Ich meine natürlich... Mir fällt nix ein. Die Hauptfrage ist einfach... Gibt es hier Items, die mich interessieren sollten? Oder kann ich jetzt einfach gut im Gewissens einfach sagen... TMS brauche ich nicht. Also heute hat sie enthalts mein Internet auch wieder. Das kann sich auch nur noch umstanden handeln. Wenn wir das noch nicht erinnern, was ich versuchen will, zu öffnen, ist... Ne, das funktioniert überhaupt nix. Ah, er konnte den Server nicht finden. Ich habe aber Internet. Ja... Also... End... Okay... Das Internet kann man gerade vergessen scheinbar... Ah... Ich versuche einfach mal so einen Weg durchs Labyrinth zu bahnen... Ich werde da mit dem Nachhinein mal lesen, was ich alles schon verpasst habe. Wobei, ich weiß jetzt schon mal, was ich verpassen werde am Ende, oder? Ja... Ist eigentlich sinnvoll, wenn ich mal den Mittag nochmal lernen würde. Ah... Habe ich auch gern... Das... Das ist echt... Das ist echt ein Graus... Mit diesem ganzen, äh... Inventarsystem... Wobei die Entwickler aus damals nicht hinbekamen, genug Platz zu programmieren, um für alles Platz zu finden. Und, äh... Und als sie dann auch noch geschafft haben, den, äh... Programm, so... Programm, so, so... Und wenn sie dann sogar noch Platz auf dem Speicher hatten, dann haben sie natürlich nicht auf die Idee, dann von das Inventar zu erweitern, nee, dann müssen sie Mew einbauen. Klasse! Witzig! bei level 40 spitzens würde ich auch von selbst wechseln ja das ist das selbe prinzip Wird die Tür gibt? Ja, ja. Hier ist hier eine Tür. Was ist das? Oh, ja! Die Musik fehlt nur, allerdings. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja, das ist so. Ss, warte mal, was... hab ich hier... eigentlich... In Deiner Zugriff. Ja, das glaubst du selber nicht. So, sind wir das beim Internetbrowser gerade down oder irgendwas stimmt überhaupt nicht. Jetzt bin ich mal kurz neugierig, äh. Äh, da, 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 da. Äh, warte mal kurz hier... Jetzt hat's jetzt... Äh. Keine Rückmeldung! Dann geh aus dem Bild raus, ich will Wokamon spielen, während du versuchst, irgendwas aufzubauen. Äh, ich verlasse die. Äh, ich verlasse die... Äh, ich verlasse die... Oh, eh, ich go... Tintin Hattele горeln. Tintin Hattele... Tintin Hattele... Ähm, stärker. Ich hab mir grad noch ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil wirklich mein komplettes Internet kein Mucksen macht. Ähm. Aber behauptet zumindest, ich hätte Internet. Und noch jedes Fenster, das ich öffne, ploppt immer genau mitten im Bild da auf. Warum mache ich stärker? Ist eigentlich alles aktiviert. Hier zum Beispiel wird automatisch bezogen, also ein halbiges Problem. Ich hab Internet. Ich kann es nur nicht öffnen. Ähm, wir sind grad jetzt gar nicht komplett Internet überlastet. Weil, keine Ahnung, wie da irgendwer meint in der Facebook- oder sonstige soziale Netzwerkwelle gegen irgendein schreckliches, äh, Vorgehen auf der Welt zu starten. Oder, ne Ahnung, was passiert ist. Stromausfall in New Orleans. Keine Ahnung, ich hab hier noch von irgendeiner amerikanischen Stadt aufgestellt, die mir grad den Kopf kam. Oder vielleicht wirklich irgendein Stromausfall oder irgendwas. Oder der Rotter hat ein paar Probleme. Könnte ich mir nicht, könnte ich mir gut vorstellen. Oh, ich bin nicht mehr verweifert, das ist gut. Allerdings finde ich wahrscheinlich auch die Folge beendet, sobald dieser Kampf hier mal abgeschlossen ist. Meine? Ne, sind nur drei Pokémon, zwei Pokémon. Jetzt macht Romado, ich will endlich wissen, was hier los ist. Größlich daran, dass ich in einem Silph-Scope-Gebäude war, die doch einfach das Internet in der Verbindung lahmgelegt haben, womöglich Kontakt zu Hause will, zu vermeiden. Und die Mitarbeiter mitarbeiten und nicht im Internet surfen. Macht Sinn. Ich bin mir dann nicht sicher, ob das, ob, äh, Gameflake damals, 19, keine Ahnung, was noch 90, schon in der Lage waren, sowas zu programmieren, dass es sich auf das Internet, was damals noch gar nicht wirklich, ja, das hätte übertragen können, aber es ist zumindest eines, dass es wirklich Sinn machen würde, weil, damals gab's aber, doch, damals, gab's damals schon Internet? Ich weiß nicht, es war sowas vor meiner Zeit, wo ich sowas aktiv wahrgenommen habe, aber, aber, oder zumindest, weil das noch nicht so besonders groß ist. Und deswegen könnte das Spiel eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf haben, dass bei mir grad Internet nicht funktioniert. Aber die Theorie ist zumindest rück genug, dass man sich glauben könnte, wenn man sich Mühe gibt, und dass da auch immer was schön ist. Aber ich werde erstmal diese Folge hier beenden, noch ein bisschen hier kurz rumtesten, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dahin, euer Zauberwürfel-Gamer. Vielen Dank.